ich habe einen armbrust ich habe einen armbrust ich habe einen armbrust bin so fett machen muss wenn man hinterher merkt dass man bullshit labert erst hinterher sicher manchmal ja ich werde sicher dass er schon im weiten davon bescheid wusste als ob ich manchmal bescheid weiß von dinge die ich sagen tue als ob er sich die sätze überlegt wie er redet ja echt ich mag schienersatzverkehr nein mag ich gar nicht schienersatzverkehr schienersatzverkehr glaubt man kann mich dann auch genervt das höre ich nur zur zeit relativ häufig und der gedanke daran ich glaube es windet sich im glas die blumenkiste habe ich wohl gelogen bin ich deutschland zu deinem haus muss dann schon erst und eigentlich unseren berg ich bin gerade im berg ich habe mich gerade nicht in den tod gestürzt ich bin so stolz auf mich easy money 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 drei blöcke drei blöcke drei blöcke schon was bist du ja ich habe nur irgendeine dumme leder boots das ist alles was ich habe die frauenrüstung nackt und schiefe schiefe ich weiß nicht weil terraria einfach besser bleiben muss das ist wie so ein dicker pinguin verstehst du verstehst du verstehst du ich hasse dich später dafür schon fast das vergessen haben bis dahin nein die 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 mögen kennen als ob du jetzt von dede die gesprochen hast ja manchmal macht mein gehirn auch denk dinge bezweifle ich ich bin gerade fast in der lava gestolpert mit meinen diamanten was diamanten schauen in den chat schlägt, schlägt nein ach jetzt erst so ein kacknob ja den letzten Jahr gefunden hat muss ich abbauen weil ich krass bin ich bin gerne kratz für euch diamanten sind für noobs ja ich habe einen zum platz übernommen richtig war ich war es benutzen schwabberl 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 von barbe darauf ist das eine geile tomate los los loslos los los wie macht man barrels oh mein gatz weiß ich nicht wir gehen dein oh verzeichnet google barrel aber das geht nicht dann mache ich es meinen freund weil ich hab das vorhin schon gesehen irgendwo du hast recht das geht nicht um die das nicht mehr das ist zu fast ich habe das vorhin noch gesehen ach ich muss erst mal eine kraft den dingen sein nein 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 da ist es ja ich habe ein schild aber ich habe mega scheiße der ist gerade bei mir explodiert er stand plötzlich vor mir und boom passiert das beste an mein hafen gesehen dass die glocke ja das habe ich ja schon gesperrt am anfang ich war gar nicht total genervt so wenn der explodiert das müsste der wenigstens weg sein so ja nächstes projekt von tun muss ein kartenraum ich weiß auch so eine globe karte ist schön dann habe ich wenigstens mal was zu tun komm aus meinem haus raus nein ich gehe nicht aus meinem haus raus du kannst du kannst du kannst den unter du kannst ungefähr schon mal eine weitere ebene bauen 234 15 20 wie zuletzt noch eine haustür immer auf ich werde euch folgen und anpupsen ich glaube es war sogar ich verpässt du gerade ist nur mehr guter bin ich weiß gar nicht warum ich dazu stecken kopf haben wahrscheinlich welches lustig auch nicht weil ich echt verschoben bin wir haben noch kein wirklich viel noch nicht so viel für angeschaut ich war einer gegenüber ihr habt halt nicht ein herr wie ist er denn from da hat schon ja vom software ja der war richtig cool gewesen natürlich scheiß dafür interessiert ob wir das können oder nicht ja weil sonst du weißt schon du stupst soll dann wird es nicht haben wir haben nur eins ist vollkommen die gefährlichste straße keine ahnung was und da fressen die leute coca blätter um wach zu bleiben die lkw fressen das wie chips die trocknen die ohne spaß nehmen von den kokain also kriegst du den kokain und die nehmen einfach ich diese diese blätter trocknen die und fressen die chips schon ich glaube wir haben falsch spanisch gemacht natürlich hatte da auch eine probe mit genannten spaß er sagt spaß aber er meint schädler da kriegt jemand schlechte erinnerung an das lagerfeuer wasser das lager und das lege noch viel schneller denn das dann würde es ich bin sehr hofer das gibt nicht ich brauche zu kommen wie viel hat er da abgefahren ein bisschen was wieso sind hier so viel aber sehen das geht mehr auf den sack saki saki naja saki natürlich ist hier immer noch die mini hat ja natürlich ist hier immer noch ja natürlich ist hier immer noch eine mine oh gott so sieht die sonne also aus ich war lange hier draußen dieses ganze zuckerrohr abgefahren jetzt muss ich das brauch das sind zu viel weil die 56 die ich dir gebracht habe aber die hast du mir vor fünf minuten gebracht warum ist da noch nicht nachgewachsen ja dann sagt er soll die tics hochstellen nein ich habe ihm gesagt er soll das nicht machen tatsächlich noch mal hochstellen wie noch mal hochgestellt ich habe nein gesagt und mein wort ist ziemlich laut wieso baust euch diese süßbeeren dusche so dass man nicht an alle hinkommt weil er nicht sehr schwarz ist und die mir gestohlen hat ich meine natürlich schöner ausblick heute nichts mit süßbeeren büschen ach so wenn das so ist er leidet innerlich auch nicht sagen der leidet nicht guck mal wie er weint das kann ich noch weinen ja 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 totgestoß natürlich ist es die schlucht immer dieselbe mine mich einfach nicht loslassen lass mich los projekt riesenkarte verschiebt sich ich brauche ja leder dafür schon wärst du kühle bei dir oben dann bauen wir jetzt den zaun und dann züchten wir dich richtig sexy kannst du kannst du kannst kühle suchen die sind im wald oder bei hinter dem dorf bei hundi es braucht drei glaube ich er ist einfach runter gesprungen und ich bin verrückt und ihn ich habe ein viel größeres problem ich komme nicht runter weil ich habe im haus gefällt wo der raid ist und weißt du was das geile ist ich habe das zugebaut weil die zwei letzten villager sind jetzt kommen wir erstmal runter ja bin ich lustig ja und natürlich sind da schon verdammt ich mal grad voll jetzt pipi auch mal alter ich hab grad 30 level als ob ein creeper keine sorge du bekommst bestimmt fünf davon zurück sieben level zurück das weiß ich ganz genau warum das ist schon mal passiert damit lernst du aber aus deinen fehlen an ja äh ach projektkarte wird sich jetzt echt ziehen das ärgert mich als ob es einen mit einer ganzen eisenrüstung killen kann da fettet er schon meine hau vorhau ja fettet was was bd wie bd ich weiß keine ressourcen aus dem weg wir haben notfall hab ich mich schon eingeschissen gegenseitig ich hab ein abfall perfekt tschüss ok so schon wer ich jetzt mal ganz tief in meine hosentasche zieh da ganz viel holz raus da komm ich mal zu dir und gucken wir was ab geht ok da gmb gibt gas Junge ich muss richtig Gas geben, aber Bruder muss los Deutschland Gas geben schon hast du Weizen, ich bin nämlich behindert und hab kein Weizen Weizen? Ja für was Weizen? Kühezüchter gekommen Kühezüchter gekommen pass auf, ich habe ein Weizen das ist schon mal genug um hierher zu locken ich schau mal auf meinem Dach ok, ich sehe keinen weiteren Creeper ich kann auch gut sein, dass alles wieder weg ist weil da Lust ist 45 ne, es ist weiter ach guck, guck, du hast ja hinter dem Bild wieso bin ich gerade also man kann über die Laterne laufen, interessant ähm es ist nacht, hast du zwei Betten und weil Lutz wird sowieso jetzt nicht disconnecten ach, schon recht Klappenszeit nein, er ist gerade unterwegs darf ich helfen abbauen? cool ja, ich hab sowieso schon alles davon ich hab nichts bekommen ja, das dachte ich mir ok, wo, 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 wo äh, warte du bist du dumm im Kopf oder was ja hast du die kapuute in den Kopf, wie, wo, 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 wo schwein also was erwartest du jetzt von mir hast du mir gar nichts gegen beispiel lieferst ach so wo können wir bei dir so auf haus nasen bodenebene bewegt mal ein fett wie laut die schreien die wixer kommen mit nein ich will ja weil ich will ja was fragen bist du da oben das war lahm anruhe ich habe zwei sollen wir da unten so neben der lava am besten nicht in der lava aber neben der lava verstehst du ein kleines gehege bauen um die kuh sucht anzufangen dann logge ich irgendwie wenn du mir ein bisschen hoch die bringen ist scheiße ja aber wenn wir runtergehen und dann halt geradeaus weitergehen statt zu deinem haus dann können wir da noch machen und dann haben wir doch schon ein weg gezeigt mir warst du mein gehören funktioniert nicht nicht ich bin meine zu vermitteln was habe ich vor und er wurde ein nutz was ich bin 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 so jetzt gehen wir hier in dieses portal ich brauche nicht wirklich weiter wenn wir untergehen habe ich zwei drei dann hole ich auch mein schild weil irgendwie sterben nicht so viele leute ach da lagen ok dann hole ich nicht möchte aber was weiß dabei hier hätte ich dann halt was gebaut da wo die creeper rumlaufen immer und dann auf explodieren ich weiß nicht warum sexuellen du schaffst dass der sehr noch nie einer explodiert oder noch nie ich laufe gerade rum und mache hier könnte mir halt so ein cooles so eine farm bauen wo halt echt viele tieren und was natürlich da kann ich sogar die weiche stellen bei den schienen einmal zu schwerbeer und einmal zu schwein so nenne ich einfach die farbe ich nenne es nicht schweine farbe dann kann ich bei beiden ein großes wehrein machen richtig so heißt einfach der ort hier schwein nenne mich nicht schwein so hast du einen weizen du hattest weizen hast du ja ich will wissen ob du was hast du so wenigstens mit mir habe ich es auch einfach die offhand nehmen hast du weit zu bringen du mal cool ich versuche jetzt schon mal einen kleinen stall zu machen mir fällt gerade auf mit dem pferd es gibt kein salami in dem spiel also haben wir keinen nutzen für pferde mit was konnte noch mal pferde kreuz und esel rauskommt ich habe selber ich habe mich selber verraten du hast dich verraten und werden sich nicht gegen sich selber nur wenn da ergänzt la familia sprach ist wenn du willst was verkaufen ja dich bottle bottle und der bottle full rum ich habe eigentlich egal egal na eigentlich nicht bist du so auf mich wenn es nicht nur eine kurs solange sie gerade anzahl ist okay weil mein autisten gehirn kommt nicht auf ungerecht sein klar das ist die die sich freut glaube ich ich habe gerade die besten gemacht dass meine zweite etage ein block niedriger ist als meine erste etage und das nervt mich jetzt aber dann müsste ich ja meine dritte etage auch noch ein block für ich werde hier mal ganz viel terraforming betreiben müssen aber vorerst die oberste ich nutze ich hier fackel fackel an der angel dann ist okay also ich habe gerade dass das spiel nicht perfekt wie terraria gerade um die gerade um die rein haben und die warte aber ja schon bewegte fett fischer ich drehte euch ja ich bin dabei ich darf nicht schlagen kommando kuh nein 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 kannst du um die rum bauen ja auch nicht ab wenn ich sobald ich durch das ding bin weil die können irgendwie durch mach mal das eine tor machen die torrat weg weil sonst kommt die mir nicht hinterher wir sehen mich da nicht mehr das ist eine gerade anzahl ja gut perfekt macht zwei macht damit ein drittes ihr habt macht er gleich sechs und daraus wird er oder macht zuerst acht und dann die opfer darin an wie die tiere hast du schon die kühe fiki fiki machen lassen nein guck mal pass auf hast du noch genug um die beiden schafe fiki fiki machen zu lassen klar cool da können wir die draußen sind jetzt abschlachten während die zusehen müssen wie die drinnen spaß haben ja weil ihr nicht rein wolltet so und jetzt war lustig es geht die sonne mit dem shader auf oder was da hinten geht der mond unter guck mal da hast du auch shader drin die richtung ja voll geil oder sexy was war nochmal hart ausblenden schnell ich finde ich nicht nur von den juden gemacht darum kam er noch an kommt weiß was ja 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 Wie oft können die, du weißt schon, du den lieb? Ähm, unendlich, aber die brauchen noch ein bisschen Zeit. Einmal alle fünf Minuten oder zehn Minuten, glaube ich. Einfach schau dir mal diese ekelhaften Minikuren, was eine Bitch. Die alle sind gut. Schau dir an, es geht genauso wie die Villager, du hast natürlich das gleiche Texture Pack. Schon mal die Villager gesehen? Was ist das falsch mit denen? Die sind in jedem Texture Pack falsch. Ich tu mal hier Weizen rein, dann hat man das immer zu hart hier. Ich schon, naja. Bei Hundi gibt's noch ein Haus im Wald, da sind drei Villager oder so drin. Kann es sein, dass du es gerade zum dritten Mal erzählst? Ja. Ich hör's tatsächlich zum ersten Mal. Ich wollte nur sicher gehen. Ich wollte nur sicher gehen. Manchmal? Manchmal höre ich was und dann habe ich so das Gefühl, dass ich schon mal gehört habe, aber das stimmt gar nicht. Ja, dreimal ist schlecht, glaube ich. Sehr schön. 100 times the Charm. Man kann jetzt wieder nach Hause gehen. Ich dachte, wo ist es hier? Ekelhaft nach draußen. Uhhh. 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 Merry Christmas. Merry Christmas. Frohe Schweinnacht. Elengiyambutama. Feliz Navidad. Oh fuck. Kатыll, ein paarème Rapatched. Der Divine, mir ist Der Creeper mochte mal in einen Geset. Kirchenappau! eş�� Schakbarau! 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 S Schanchka! das ist jetzt die rammsteinversion verschinken manchmal bist du nicht so als krebs wie du erscheinst ja mit einer behutsamkeitsspitzhacke das ist aber nicht wert tatsächlich ist das sandfarmen einfacher ich weiß das ist genau das was du jetzt hören wolltest mit den bloßen händen holz ich sollte heute heute schon wer braucht es ist egal was das könnte nicht wo man vor reproduz wer ist ross die engel ja nicht wo man vor reproduz wer ist fischig rot ich habe mehr holz als du mindestens zwei